Herzlich Willkommen in Altmark. Ich freue mich, dass Sie, liebe Zuseher, jetzt mit mir einen Gang durch die Techanzoftene Altmark macht. Die Techanzoftene ist ein landwirtschaftliches Museum, wo es Gerätschaften aus alter Zeit zu sehen gibt. Unser Kustos ist der Franz Wallkofer und mit dem machen wir jetzt eine interessante Führung mit. Also ich wünsche euch eine interessante Führung durch die Techanzoftene Altmark. Die Techanzoftene Altmark Die Techanzoftene Altmark